Tja, da bin ich auch schon wieder. Nachdem ihr am Dienstag ja den Auftakt der Serie gesehen habt, wie lange schafft er, gibt es heute das Video Wie viel schafft er? Möglicherweise auch der Auftakt zu einer neuen Serie. Und es geht darum, wie viel Mal ich an die Latte schießen kann mit dem Fußball. Das heißt, ihr seht ja jetzt schon, wie lange das Video ungefähr ist. Also die reine Fußballzeit ist so 8,5 Minuten. Wie oft schaffe ich das, gegen die Latte zu schießen? Eigentlich ist das eine Schaukel, aber kann man auch gut so als Fußballtor-Latte nehmen. Blendt euch dann auch mal ein bisschen die Zeitlupe ein. Ja, und hoffe, dass es euch auch ein bisschen vielleicht gefällt. Okay, dann schalte ich jetzt rüber zur Fußballaufnahme. Wie viel schafft er? Wie viel schafft er? Gut. Wie viel schafft er? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.